Der neue Zirkus, der uns hineinführt in ein ganz neues Zeitalter, der alte Zirkus ist leider ermählich dann so reingeschlafen und so kann der Zirkus. Ich finde das Hologramm ist sehr zeitgemäß. Ich finde, dass eben hier keine Tiere auftreten, finde ich gut. Das sind manche Nummern, die werden unvorstellbar gewesen für früher und die sind wunderbar auf die Zeit übertragen. Und ein Westerbeispiel, eine Schokoladenfabrik muss mit der Zeit gehen, ein Zirkus muss mit der Zeit gehen und wir alle müssen mit der Zeit gehen. Ich finde das ganz toll. Ich fand das Hologramm am Anfang ganz, ganz toll und man kennt ja Zirkus und so Zirkus und auch von Kalli wirklich noch mit Pferden und Truhen auf jeden Fall. Die waren ja immer dabei und ich fand, die haben das super aufgenommen am Anfang, auch diese Geschichte erzählt und dann wirklich diese neue Art. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020